... zu stehen hat. Ja, jetzt ist er schon losgefahren. Dann müssen wir nochmal bitte zurückgehen. Können wir das zurückhaben, wo er losfuhr? Weil, der steht nämlich ein bisschen zu weit vorne. Auf dem gelben Strich sollte er stehen. Und das Rad ist davor. Die Frage ist, wie viel Toleranz gibt die FIA für sowas? Für meine Meinung nach steht er zu weit vorne. Das haben natürlich alle anderen auch gesehen hier von den Teams. Es ist durchaus möglich, dass da der ein oder andere den Finger hebt und zu Charlie Whiting sagt, Moment mal... Dann wird es noch für ihn eine Durchfahrtsstrafe geben, was aber jetzt in dem Fall auch nicht mehr so...